Hallo und Willkommen zurück zu Cassette Beasts Folge 35. Aber Jago, du hast doch gesagt, wir sind dann in der Höhle. Ja, ich habe gelungen, weil wir müssen jetzt erstmal heilen und wenn wir heilen, dann werden wir zwei Monster entwickeln. Und außerdem haben wir wahrscheinlich wieder einen Dialog, aber wir wollen oder nicht. Ja, wir heilen. Es gibt Physik in dem Spiel. Das ist schon die ganze Zeit so. Das ist eigentlich ziemlich cool. Halt nicht so wirklich krass gute, aber halt wenigstens so Gimmick-Physics. Ich habe überall Haare im Gesicht. Diese Insel, welche meine Heimatstadt. Ist das komisch? Immerhin gab es dort, wo ich aufgewachsen bin, keine Monster. Aber diese Sehnsucht danach, alles hinter sich zu lassen und zu verschwinden, ist aber nicht zu können. Das soll nicht heißen, dass ich nicht gerne mit dir und den anderen Zeit verbringe, aber da draußen gibt es eine große Welt. Sogar viele, 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 viele verschiedene Welten. Ich will so viel davon sehen, wie ich kann. Du solltest dich mit Amber anfreunden. Oh Gott, alles gut repariert. Okay, dann... Jetzt kommt der Augenblick der Wahrheit für Blitzer. Unglaubliches Tempo. Es ist kein Affe mehr. Äh, ja, aber was? Er ist ein Flipper. Es ist ein Pinball. Ja. Ja. Es ist ein Flipper. Der metallische Kopf des Flippblitzes schwebt über seinem Körper und wird von einem in den beiden Flippern erzeugten magnetischen Feldern gehalten. Dieses kann der Flippblitz kanalisieren, um Energieblitze aus seiner Hand abzufeuern. Hand. Yikes. Das ist schon witzig. Das ist schon cool. Aber halt, äh, nicht was ich erwartet hab. Ich will! Es ist mein Monster! Ich will! Ich will! Ich wollte es nur anwählen. Die weiße Flagge. Er ergibt sich jetzt schon. Da es jetzt zu groß ist, um unter der Erde versteckt auf Beute zu lauern, muss das über Maul statt dessen potenzielle Opfer mit einem einladenden Wehen seiner Fahne und dem angenehmen Geklimper der seinen Kragen schmückenden Glocke bezirzen. Wow. Das ist funny. Das Ding hat 180 Angriff. Holy. Das ist schon... Das ist schon stark. Mhm. Aber nicht das, was ich erwartet hab. Mhm. Mhm. Wir werden beide austauschen, oder? Tatsächlich nicht, nee. Tatsächlich nicht. Möchtest du den Wurmau behalten? Ja. Ich mag den. Der ist zwar fast eine Schlange, aber ich finde... Ich finde, Godzilla hatte jetzt lange, lange, lange seinen Auftritt. Äh, ich mach den mal als Favorit, weil der wird auf jeden Fall wiederkommen. Wahrscheinlich. Und dann behält er auch seine Sticker, oder? Ich lass ihm auch seine Sticker. Ähm. Ich muss mich jetzt halt nur ganz kurz mal um Würmmaul kümmern. Der Großteil ist ja schon fertig. Angepasster Start. Äh, macht der Autobahn Speisen, was gut ist, weil dann macht der ja auch vielleicht Fallenmaul, was den Gegner mit Ausweichen aufheben belegt. Was dafür sorgt, dass er nicht mehr wirklich ausweichen kann, weil er nur 1% hat. Dann haben wir hier Racheschlag. Wenn er getroffen wird, dann kontert er. Ja. Ähm. So. Und jetzt brauchen wir noch ein paar coole Sachen. Verspotten. Unerschüttlich. Äh. Sprühen. Ham, 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 ham. Schildschlag. Ja, das ist cool. Aber das ist gut. Das ist halt nicht gut für ihn. Hm. Vielleicht der Benutzer 3 Runden lang den Status. Schaden bei Kontakt. Werdenkampfangriff brauche ich nicht. Racheschlag. Haben wir noch zweimal. Könnten wir halt noch zweimal. Öffentivschlag. Okay. Hm. Das ist noch ein besserer. Nehme ich mit rein. Dann muss ich noch irgendwas cooles finden. Hm. Äh. Letzte Ölung wäre natürlich ultimativ. Aber hm. Hast du auch einen guten mittleren Angriff? Äh. Nein. Aber wozu? Äh. Multiclubs wäre das. Oder Multischuss. Ne, ich habe ja nur Nachkampf. Ja, Multischuss ist das Fernkampf, ja. Hm. Hm. Multiclubs ist auf jeden Fall eine Lösung. Hm. Handkantenschlag wäre eine Lösung. Ich will halt irgendwas haben, was ein bisschen einzigartiger ist. Achso, ich habe Beißen drin. Das ist so ein mittlerer Angriff. Ja, stimmt. Äh. Äh. AP-Rückerstattung? Das ist schon gut. Das ist schon echt gut. Aber er hat halt eh nicht viel für, äh, AP benutzt. Das heißt, du könntest jetzt tatsächlich eine große AP-Attacke noch annehmen. Das suche ich gerade. Ich weiß nicht mehr. Kopfschuss? Ne. Okay. Letzte Ölung. Bam. Oh yeah. Ich könnte auch angepasste Start und letzte Ölung machen. Aber das hat ja dann eine niedrigere Chance, weil es zu viel AP kostet. Deswegen lasse ich mal Beißen drin, um zu gucken, wie hoffe ich das überhaupt triggert. Und dann sehen wir mal weiter. Diese Sortierung, ne? Okay. Okay. Äh. Stört dich das? Schade. Ja. Wenn wir damit fusionieren und ich dann mit den Attacken kämpfen muss, wird ein Problem. True. True. Ähm. Dann wie geht das? So. Da dahin. So. Der Rest ist ja egal, weil es ist alles passiv. Das muss oben bleiben. Wer mit Beißen eingesetzt wird. Genau. So, musst du kissen. Okay. Und dann jetzt noch. Goodbye, mein alter Freund. Ich liebe dich, aber du musst mal auf die Bank. Äh. Auf die. Auf die. Auf die. Du musst erst Jago eine andere Kassette in die Hand geben. Auf die. Achso. Auf die. Auf die. Auf die Bank. Auf die. Auf die. Wie spielt man dieses Spiel? Ich menge immer nicht. Da, Sammlung hinzufügen. Ich hab's geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Willst du Blitzer auch gleich einsortieren oder willst du den baden? Ne, will ich nicht baden. Ich überlege auch, ob wir Toadio erst rausholen, wenn wir gegen einen Erzengel kämpfen. Wegen den ganzen Debuffs und so. Hm. So. Wir hatten schon mal drüber geredet, wen wir jetzt alles so mitnehmen. Haben uns nicht wirklich entschieden. Der ist so cool, ne? Mhm. Und der ist, äh, Metall. Das heißt, wir haben schon unser erstes. Äh. Ja, aber das haben die uns geschenkt. Ja, das stimmt wohl. Das zählt nicht, ne? Nein. So. Also den könnten wir mitnehmen. Der kann sich noch entwickeln. Äh. Bei dem Tauchwasser sehen gleich aus. So viel Vieh kann sich wahrscheinlich nicht entwickeln, weil es noch 200.000 AP hat. Oder schon 2.000 AP hat. Ja. Äh. Sally kann sich wahrscheinlich... Ah, die hat noch so viel AP. Hm. Die erste Frage ist nämlich dasselbe Problem wie bei Schleimlett. Hinter Schleimlett sind zwar freie Plätze im Bestiarium, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass der sich entwickelt. Hm. Ja. Wir hatten noch das Maskottier. Ja. True. Was ich tatsächlich gerne mitnehmen würde. Ach so. Also ich wäre tatsächlich offen dafür. Mhm. Äh. Äh. Was wollte ich denn mitnehmen? Ich habe bei irgendwas gesagt. Ja. Nehme ich mit. Ah. Natürlich. Wie kann ich vergessen. Mein Cockadoodle-Doo. Okay. Dann können wir aber noch den Toadio dalassen. Ja. Wie du möchtest. Äh. Erstmal. Der ist schon wieder der Super-Hybrid. Ist also eigentlich egal, was wir ihm geben. Ehrlich gesagt. Der macht jetzt eh gleich 14 Level. Gebt dem nix. Willst du deinem Maskottier irgendwas geben? Was ist das? Stolpern? Tempo verringern. Ne. Hm. Nein. Bang. Ah jo. Zack, bumm, peng. Äh. Zack, bumm, bang. 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 Mit äh. Mit äh. 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 Aber das Schaf ist auch so stark, ne? Das Schaf ist so stark. Aber gut ist halt ein Starter, ne? Jopp. Bin mal gespannt, warum wir den anderen Starter zu Gesicht bekommen. Hm. Falls. Was für ein Angriff hat der? Oh, Nahkampf. Oh. Uh. 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 150 Angriff. Als äh. Standard Babyboy. Ja. Das ist natürlich Silizium. 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 Ich hab keine Ahnung wogegen Glas gut ist, außer gegen Strom. Ich glaub nur gegen Strom. Ja, weil da ist Plastik doch auch schon gut. Ja, aber ich glaub es hat fast keine Schwächen. Oder halt fast keine Nachteile gegen irgendwas. Könnt ihr gleich nochmal nachgucken. Och, da ist kritische Treffer gegen Typenportal dabei. Das ist natürlich lecker. Hm. Hier. Hm. 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 Ja, das ist ja der Aoi. Multiclapse oder zack, boom, bang. Ja, das ist ja der Aoi. Das andere ist ja Single Target. Aber ich hab eben an, ähm, einen anderen Ski gedacht, der an das ganze Team ging. Hm. Oh, die Musik ist auch so, so schillig, ne. Richtig schön entschleunigt. Ganz gefangen. Ein bisschen. Ja, klar. Du kannst alles tun. Du kannst alles werden, was du willst. Blutspender kannst du auch werden. Dann kriegst du einen Stempel. Cool. Ich weiß nicht, was man für das Blutspenden bekommt. Ich weiß nicht. Also bei uns ein Frühstück und 20 Euro, glaub ich. Keine Ahnung. 20 Euro? Hey. War vielleicht mal so, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, bei uns gibt's kein Geld mehr. Ich glaube, bei uns gibt's ein Sandwich und das war's dann. Und ein Händeschütteln. Und vielleicht bringen sie dich noch zum Arzt, wenn du umkippst. Aber nur vielleicht. Ja, vielleicht. Ja, unsere Stadt ist ein ziemliches Ghetto. Ah, das ist der AOE und das andere hier, was ich gerade hatte, ist der Spielzeugkammer nimmt das Plastikmast. Was war das? Ach, der Spielzeugkammer. Genau. Und das ist dann einfach nur für ein Target. Mhm. Steinwelle? Ja. Ah. Das trifft dann ja auch das ganze Team, aber das ist Fernkampf. Ist gar nicht so einfach. Ja. Das macht ja gar keinen Sinn hier. Mhm. 100 Jahre, ein schlechter Tausch. Hat er eine Chance bei einem Treffer mit einem Nahkampfangriff bedeutet, wenn ich mit Nahkampfangriff werde, ne? Ja. Muss ja, weil der Skill heißt Racheschlag, anders wär's ja Quatsch. Kannst ja nochmal Präventivschlag reinnehmen, Präventivschlag ist immer gut. Ja. Okay. Okay. Dann... Ich würde aber Jodio da lassen. Achso. Er kommt dann beim nächsten Erzengelkampf nochmal raus. Achso. Ja. Dann darfst du dir noch Monster aussuchen. Oh Gott, dann entwickeln sich bald zwei, drei Monster. Oh mein Gott. Ja. Wir haben jetzt Plastik, Wind, Eis, Boden. Also Feuer oder Eis oder Blitz, äh nicht Eis, Feuer, Blitz oder so wär ziemlich nice. Wenn wir da noch was übrig haben. Also Feuer auf jeden Fall, den Salamagus. Ah ja, true, der kann sich noch entwickeln, aber da hatten wir vorhin drüber gesprochen, dass wir die Entwicklung wahrscheinlich auch so einfach irgendwann fangen können. Und dann hast du ja auch direkt gesagt, wahrscheinlich können wir alles nochmal so fangen, also... Hm, true. Äh, das ist relativ. Wir können auch den Whelpuncher mitnehmen, wir haben kein Metall dabei. Ja, das kannst du machen. Aber... Mach schon wie du denkst. Ich glaube, dass der... Also ich würde gerne sagen, dass ich glaube, dass wir auch so gut durchkommen, weil bis jetzt war es ja auch der Fall. Und dann haben wir in der letzten Folge halt übel auf die Schnauze bekommen. Das Ding ist, ich würde auch gerne fürs Ende ein Projekt irgendwie mit dem Prügelbock anfangen, weil der kann sich wahrscheinlich nicht entwickeln laut Bestiarium. Aber auf fünf Sternen mit jedem weiteren Level bekommt er ja eine coole Attacke. Ja. Und wenn der cool ist und immer noch neue Attacken kriegt, so mit 180 Angriff und Tempo... 180 Angriff. Ey, ich würde den eigentlich gerne als Projekt nehmen, so... Nimm ihn mit, level den. Mach wie du denkst. Jeder von uns hat drei Slots. Kannst du machen, was du willst mit. Und... Der braucht aber auch einen Namen. Ah... Steve von Mr. James Games. Der sieht doch genau so aus. Irgendwas Himmlisches, irgendwas Engelhaftes, irgendwas Cooles. Das erste, was mir da einfällt, ist Celestia. Celest. 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 Oh mein Gott, natürlich. Ja. Guter Name. Ey. Ist gekauft. Ist gekauft. Ist gekauft. Bam. Ab in den Shopping-Card damit. Die Zuschauer denken jetzt wahrscheinlich... Oder wissen wahrscheinlich schon, dass ich etwas ADHS habe. Ich nehme die ganze Zeit hier verschiedene Objekte, die auf meinem Tisch liegen in die Hand und spiele damit rum. Jetzt habe ich gerade ein Lineal in der Hand. Wusste gar nicht, dass ich eins habe. Und es ist noch heile. Und es ist noch heile, ja. Ich war jetzt einfach nur ein Guess, weil ich sehe es ja nicht. Hm. Ne, ich habe hier ein kaputtes Lineal liegen, weißt du. Die coolen Wind-Sachen hat die Dezibelle. Ich glaube, wir haben die Dezibelle komplett nackt gemacht. Haben wir? Ich glaube, wir hatten damals alles nackt gemacht, was wir nicht dabei hatten. Weil wir damals noch nicht so viele Fähigkeiten hatten. Oh, das kann sein, aber... Wir hatten sie ja vor kurzem nochmal drinnen mit Kayleigh. Achso, stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Da haben wir sie nicht nackt gemacht, da hast recht. Wir können auch mal zu den Shops gehen oder ein paar Booster Packs kaufen. Ich glaube, ich würde gerne mal zu dem Shop gehen, ja. Aus uns weisen. Ja, dann. Warte, Kartensammlung. Ich lege einfach die Controller zur Seite, du machst das schon. Ich mache Celeste jetzt einfach mal zu einem Favoriten. Weil ich habe für das Ende, da habe ich eben auch schon zu Jago gesagt, würde ich gerne Kayleigh spielen und dann auch mit Kuneko. Kuneko entwickelt, Celeste, das wären zwei von meinen dreien und dann vielleicht noch den Grinch oder so. Oder halt die Dezibela, je nachdem, ist aber blöd, wegen Wind und Wind. Und zumindest Kuneko und den Prügelbock mag ich am liebsten bisher. Den Prellbock. Ja, so ein bisschen verbinde ich das halt damit, aber es ist halt ein Prügelbock. Der wird mit seinem Klüppel draufhauen. Ja. Jo, ich habe noch keine Ahnung, wen ich am Schluss mitnehme. Außer Ezreal, weil es ist halt einfach, ich meine, der ist awesome. Was willst du sonst sagen? Der ist halt einfach awesome. Oh mein Gott! Hey, weiß ich, ob ihr immer seinen Hund vermisst. Ich habe am Fuß des Viral in der Nähe des Ecke des Sees einen mit einem Kassettenrekorder rumlaufen sehen. Ein ganz normaler Hund, keine Pompombe. Hoffentlich ist mit dem armen Ding alles in Ordnung. Redet der von Dings? Der muss ja. Muss er ja. Äh, achso, falsch. Echolot, warte mal. Oh mein Gott, willst du das haben? Ja. Das soll ich jetzt einfach gleich zwölf Mal kaufen oder so? Ich kaufe das mal. Ein paar Mal. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist einfach ein richtig guter Skill. Querschläger ist actually auch ziemlich gut. Ach, die Fernkamp-Angriffe. Ja, ist gut. Ziemlich Justus für uns gerade. Racheflug. Fügt bei einer Niederlage dem letzten Gegner, der den Benutzer getroffen hat, drei zufällige Schwächungen dazu. Okay. Das haben wir das letzte Mal bei der Spinne gesehen, ja. Für jeden seiner fehlgeschlagenen Angriffe erhält der Benutzer einen AP. Wow. Weiß ich ja nicht. Nee, danke. Ich will ja eigentlich schon treffen. Hey! Äh, hier ist nix für dich? Äh. Hm. Ah, das ist nicht so wirklich, ne? Nee. Hm. Ich meine, der Prügelbock wird auch noch was lernen, ne? Der ist ja auf Stufe 1. Ja, klar, klar, klar. Auf gut Glück. Ja. Wollen wir ein, zwei Booster kaufen und schauen, ob wir was kriegen? Ich kann den Prügelbock auf jeden Fall noch, ähm. bisschen Gatschan, bisschen Gatschan. Haben wir noch einen Präventivschlag? Äh, nee. Nee, ich glaube nicht. Das Prügel, nee. Nee. Aber du kannst Präventivschlag meinetwegen von meinem Würmdingens haben. Weil, also wirst du den jetzt aktiv benutzen gleich, den Prügelbock? Der bleibt jetzt im Team, ja. Im Team, aber nicht als Mängel. Ich werde ihn benutzen. Okay. Dann können wir das gerne tauschen. Und was heißt tauschen? Na halt, ich nehme das da runter. Ach so, rübergeben, ja. Und du nimmst das dann an. Danke. Jo, musst du nur gucken, was ich jetzt selber nehme. Äh. Vielleicht nehme ich einfach nochmal Rache oder so rein. Aber ich werde ja nicht mehr angegriffen. Ich will den Prügelbock halt so gerne spielen. Schon seit wir den haben, schon seit wir den das erste Mal gesehen haben, wollte ich ihn spielen. Stimmt, ich kann mich erinnern. Mal Spocken reinnehmen. Ich nehme es mal rein. Aber eigentlich macht es auch keinen Sinn. Eigentlich macht es keinen Sinn. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Äh, Schwächeanfall, vor allem die Nahkampfabwehr, Schärfen, mhm. Schilderhoch ist einfach nur ein Verteidigungs-Buff, oder? Was? Wo? Schilderhoch. Fernkampfabwehr. Schaden bei Kontakt. Hm. Äh. Noch ein Racheschlag. Hm. Hm. Oh yeah. Auch nie bad. Falls ich attackiert werde. Dann konnte ich. Wahrscheinlich werde ich nicht attackiert, weil ich bin nicht du. Und werde permanent vermöbelt. Ja, Felix hat echt ein Problem. Ich weiß nicht, warum das so ist, ne? Das ist merkwürdig. Das tut auf jeden Fall weh. Ja. Es tut immer noch weh. Warte, aber es ist jetzt nicht unten gelandet. Kann er es nicht lernen? Oh mein Gott, er kann ja nicht lernen. Oh nein. Also. Geh mir meinen Präventivschlag wieder. Geh mir den wieder. Nein. Ja. Trotzdem danke fürs Angebot. Ja, I'm sorry. I'm sorry, John. I'm sorry, John. Weißt du was? Mhm. Dann wird das aber jetzt der Rache-Prügel-Book. Oh, nice. Bitte. Bitte. Nicht das. Bitte. Bitte. Bitte lernen Sie Rache. Please. Please. Äh. Kann auch nicht. Yikes. Okay. Ja, dann schauen wir erst mal, was der lernen kann, oder? Ja, vielleicht sollte ich es so rum vermieren. Ja. Vielleicht machen wir dann sogar noch was in der Falle. I'm sorry. Das ist gut. Du willst doch runterziehen. Stimmt, true. Oh mein Gott, ein Gerücht. Well. Mein Freund hat mir gesagt, dass er ein tiefes, irres Gelächter aus einem der Gräber auf dem Friedhof Westlich vom Bach gehört hat. Komisch, oder? Scary Ghosts. Warte, warte, warte. Ja, muss man einfach mal machen. Ähm, 70 Sachen gefangen sind. Greetings. Greetings. Grüß dich, Jerko. Wie viele verschiedene Spezies hast du da draußen aufgenommen? Goodness gracious. 81. Thank you. Danke. Thank you. Danke für deine Arbeit. Hier ist deine Aufwand zur Entschädigung. Oh mein, 10 Stück. Drei Kraftfrüchte. Jesus Christ. Wenn du 90 hast. Ja, 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 ja. Wir vergessen das eh wieder und gehen hier durch Zufall rein. Ja. Äh, ach so, kein Sinn. Äh, ja, Natur, wa? Ja. Eine Winzsache außer Multitalent. Hast du dir jetzt eigentlich Dings gegeben? Nein. Müssen wir noch machen, ne? Ja. Äh, halt 5% der Maximal 1 AP. Das ist nicht so krass hier gerade. Aber warte mal, wo ist der Unterschied zwischen Multitalent und Echolot? Äh, Echolot wird automatisch benutzt. Ach ja. Multitalent ist kacke. Hm. Okay. Das macht Wasser fest. Ach so. Wieder auf Platz. Nichts bekommen, gratuliere. Wow, ist ja der Wahnsinn. Ich hab fast das Gefühl, dass Celeste eventuell Echolot nicht lernen kann. Weil ich eben so oft da durchgedingst bin. Ne. Hm. Warum? Ne. Celeste kann nichts lernen, was cool ist. Wie fühlt sich das an? Tritt dein ganzes Team und zerstört Welle. Das ist ganz nett, einfach um Welle kaputt zu machen. Aber ist halt Feinkampf noch. Du kannst stürmen lernen. Du kannst Batterie und Stürmen wieder reinnehmen. Ich kann noch nicht mal AP Rückerstattung lernen. Äh, nee, ich glaube, wir haben keine mehr, ne? Keine Ahnung. Hm. Ne, Batterie kannst du nicht lernen, aber du kannst Stürmen mit reinnehmen. Ganz ehrlich, wir gucken jetzt erstmal, was er lernt. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir hier raus. Ganz genau. Und dann teleportieren wir uns hier hin. Und dann gehen wir zu der Höhle und dann... Wäre es nicht einfach gewesen, von der Stadt einfach nach links zu laufen? Vielleicht ja, aber jetzt sind wir hier. Wir können nichts mehr dagegen tun. What the fuck, da ist sie! Da ist sie nicht! Ne, wir sind hier, los, schnell, bevor sie weg ist! Hey! Mit Schöpfer Felix, befreundete Person! Ich habe trainiert und möchte dir zeigen, wie stark ich bin! Äh... Okay, let's go! Die ist rot! Ja, die ist auf jeden Fall anders eingefärbt. True! Das ist eine Bootleg-Version, oder? Oh mein Gott! Die ist Eis! Oh mein Gott! Die war nicht Eis! Cassie! Wie cool ist das, dass die erste, die wir finden, die ein Bootleg ist, Koneko ist! Das ist mega cool! Ich bin nur von Wirt! Ich schlage irgendwen! Ich schlag, ich schlag, ich schlag, ich schlag sie und du kannst den Wellpuncher killen und dann können wir danach Koneko nochmal fangen, oder? Ja! Weil Bootleg muss er sein! Wenn ich den Wellpuncher denn gekillt kriege... Naja, klar, du hast ja eine Spiel zur Kammer. Einfach schön auf dem Kopf. Oh Gott, wenn wir es nicht schaffen, sie zu fangen, bin ich traurig. Also kein Druck, sagst du, ja? Ja. Mam! Ich versuch's direkt. Fängst du und ich mach... Ja, weil erfahrungsgemäß greifen die ja alle dich an. Stimmt. Ist übrigens gerade schon wieder passiert, denn die haben schon wieder auf dich fokussiert. Ich bin echt ein bisschen nervös. Alles gut, wir müssen ja nur gewinnen. Oh Mann, meine Eingaben sind fünf Sekunden verzögert. Ich hab auch eben schon von Vodafone SMS bekommen, dass meine Internetverbindung heute scheiße ist. Oh toll, oh nein. Aber du lagst nicht in Discord, das ist schon mal gut. Uff. Ja, das hättest du gemerkt. Uff. Aber das ist auf jeden Fall eine besondere Kassette. Jo. Ich beiß die mal, ja. Ich klapp's die mal. Wir machen die, wir chippen die jetzt ganz langsam runter. Das heißt, ich greif wieder normal an, ja? Ja, ja. Na, du machst dir keinen damit, du hast keinen Angriff gerade. Ich wurde anvisiert. Der Fluch ist gebrochen. Danke, Kuneko. Das war ihre Mission. So, ich probier's nochmal. Ich hatte übrigens nur fünf Prozent Grundchancen. Hm, hab ich gesehen. Aber dafür hab ich sie jetzt. Watch this. Ausmaßweise greifst du dich an. Oh. Sechs Prozent, vielleicht. Jetzt gibt's Kloppe. Komm schon. Bitte, Kuneko. Ey. Ja. Obtain an Ice-Type Bootleg. Ja, rote Kassette. Oh mein Gott. Look at this. Sie hat zwei Dinge. Zwei seltene Dinge. Oh mein Gott. Schaden basiert auf Fernkampfangriffen höher. Elf Prozent Schaden und Nahkampfabwehr pro leeren Platz. Ihre Nahkampfabwehr ist höher als die Nahkampfangriff. Das heißt, für die eine Attacke könnte sie es zumindest benutzen. Das ist aber bei der normalen Kuneko nicht so, ne? Ne, ich glaube nicht. Oh mein Gott. Cassie. Oh mein Gott, it geht los. Wir haben unsere erste Bootleg und es ist Kuneko. Awesome. Jetzt musst du dich später nur noch entscheiden, welche du mitnehmen willst. Kommt drauf an, was wir lernen. Oh shit. Also machen wir erstmal fünf Stunden Grind Session mit allen Bootlegs von Kuneko. Wir haben doch nur zwei. Bis jetzt. Bis jetzt, ja. Oder meinst du, die taucht jetzt öfter auf bei den verschiedenen Alternativen? Bestimmt, bestimmt. So leicht bin ich nicht zu besiegen. Dieses genervte... Na los Kuneko, ich weiß, dass du drauf hast. Achso. Die können wir jetzt auffangen. Wir können die auch nochmal fangen. Oh mein Gott, das ist ja awesome. Boom. Oh mein Gott. Das ist ja der Wahnsinn. Let's Clops. What is this? Oh mein Gott. Ich mach der halt nix außer Plastik, ne? Ja, ja, ja. Und das ist Nahkampf, also krieg ich gleich Dornenschaden, also... Mhm, mhm, same. Oh mein Gott, Eiszapfenfall. Das ist eine einzigartige Attacke, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Das ist ja crazy. Also ob es einzigartig ist, weiß ich nicht, aber... Ist auf jeden Fall neu. Meinst du, die taucht jetzt an den verschiedenen Altären nochmal auf? Ich glaub, das ist einfach so wie jetzt mit den, äh, diesen schwarzen Fusionsmonstern. Dass die random nochmal... Dass die irgendwo random nochmal auftauchen, ja. Weißt du mal. Wir sollten eigentlich wirklich ein paar Debuffs auf die drauf machen, damit die Chance höher ist. Aber ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas haben, was Debuffs gerade verteilt. Ich hab den Pilz weggepackt. Oh mein Gott. Ein Tankmonster, das einfach nur Debuffs macht, als, äh, Fang-Pokémon, weißt du? Ja. Okay, alles gut, alles gut. Ah! Äh, ich hab mehr Leben. Soll ich fangen? Gerne. Ich kann das nicht. Du bist dran. Ja, 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 ja. Kann man nicht aufnehmen, ist ein Erzengel. Okay. Okay. Gut. Wir werden sie eh entwickeln. Ja. Mehrere Male. Ah! Ich freu mal. Ja, mindestens. Tut mir leid, strahlende Kuneko! Kaum XP bekommen. Okay. 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 Gut, nix besonderes, aber... Cooler Encounter. Niemals. Mä, beim nächsten Mal besiege ich dich. Niemals. 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 Geh mal da rüber zum Lagerfeuer, mir geht es nicht gut. Schnell. Nein, nicht in den Vogel. Oh Gott. Muss ich nicht einfach da hoch? Ja, 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 schon. Äh. Wupp. Ja. Oh mein Gott, wollen wir mit Kuneko reden? Hm. Hoffentlich geht es Kuneko gut. Das ist schon komisch sein, wenn einem gesagt wird, dass dein ganzes Leben die Schöpfung eines idiotischen Künstlers war. Wait. Halt mal! Was, wenn wir alle nur auf die gleiche Weise von jemandem erschaffen wurden? Nein, ich glaube, ich mache mir einfach zu viele Gedanken. Das würde es sein. Oh mein Gott. Und jetzt gehen wir aber for real in die Höhle. Äh, ja. Tun wir. Und dann stellen wir uns den Spinn. Ja, nee. Den nicht. Ich komme nicht hoch. Schieb mich. Schieb mich hoch. Wir können nicht so hoch. Oh mein Gott. Ist ja ätzend. Laufen Sie bitte. Ich komme. What the fuck? Alles gut. Alles gut. Ich habe das ohne Kontrolle. Alles gut. Guck mal, da liegt wieder jemand mit dem Gesicht im Dreck. Mal wieder. Platsch. Nein, nein, nein. Oh Gott. Oh mein Gott, eine Puppe. Eine Püpe. Eine Püpe. Was hältst du von der Idee, dass wir jetzt hier tatsächlich wieder einen Cup machen, weil wir bei 31 Minuten sind und dann tatsächlich das nächste Mal in der Höhle anfangen? Das können wir gerne machen, ja. Nein, ist okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Ciao. Ciao. Ah, die Schlange.